hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück zu the elder scrolls online und mit dabei ist odin einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin er steht nämlich gerade so wunderschön vor mir hier und der onkel der redet aber gerade so wunderschön weg grüße liebe freunde grüße und da oben der blue hunter moin moin sauber und es geht auch direkt weiter der odin hat sich jetzt ein bisschen ausgerüstet ja ich würde jetzt ganz spontan sagen besser nicht hast jetzt schon irgendwelche missionen angenommen hier ist es hier ist es hier ist es sprechen die propheten folgt mir folgt mir wo die folgen werden jetzt die krone der und gerade die krone wird alles klar ich sehe doch die mission ich sehe doch die mission ich weiß nicht ob das dein prophet ist die du ansprechen muss aber ich sehe auf jeden fall eine profil ja die zuflucht heißt die mission nein odin hat noch gar keine mission er muss erst den propheten ansprechen also bei mir steht nämlich auch sprechen mit den propheten ach so dann kann man ja die mission auch ja ich habe da die zuvor steht ein geld muss das und ja klar wir haben immer gegleichen was ich verstehe sein was wo ist das jetzt hin ja sprich mit dem propheten wo ist denn der prophet hin auch ich gehe mal untertreiben das ist ja ja so War er jetzt in der Hütte drin? Nein, der ist hier. Vor der Tore steht er. Das Problem ist, ich sehe dich nicht. Ich bin die Krone oben auf dem Dings. Ja, aber du bist weg. Komplett bist du irgendwo reingegangen. Womisch, warum sehe ich die Krone da nicht? Doch, da hinten, ganz klein. Boah, die Spatenvögel. Ach, weil ich wahrscheinlich aus dem Gebiet raus bin. Warte, wenn ich jetzt hier rein gehe. Siehst du mich jetzt oben auf der Karte wieder? Also oben auf dem Streifen? Ja, so ganz klein. Ja, jetzt bist du groß, ja. Oh, Mann. So. Ja, das mit der Karte, das müssen die nochmal ein bisschen updaten. So, irgendwie ist das noch ein bisschen zu... Deuter Neon-Typ. Ich bin vor dir. Ist denn Udi noch so da? Ne, Udi ist noch nicht hier oben. Ach, da steht er, ja. Da. So, liebe Freunde, also ich spreche den jetzt an. Warte, ich bin noch nicht da. Wo ist denn hier die Krone jetzt hin? Einfach raus. Es gilt trotzdem, dass ich den eben schon einspreche. Da ist die Krone. Okay, ich warte noch auf Udi. Bin da. Okay, dann spreche ich jetzt. Hört gut zu. Ich habe eine sichere Zuflucht gefunden, von der aus wir unser weiteres Vorgehen planen können. Ihr müsst mich dort treffen. Als ich erwachte, war die Luft voll bitterer Asche und den Klängen der Zwietracht. Ich bin in Morrowind, der Heimat der Dunkelelfen, in einer Stadt namens Davons Wacht. Die Zuflucht ist eine Ruine in den Klippen westlich der Stadt. Boah. Okay, das nimmt ja kein anderer auf als Rivano. Ja, also ich habe fertig gelesen. Trefft euch dort. Genau, ich würde sagen, wir machen das immer, dass wir keine Zeichen oder so machen müssen. Wir stellen uns dann einfach abwärts davon hin. Ja. Und wenn Rivano und Onkel sich versammelt haben, dann kann man ja losreden. Oder ich weiß ja nicht, hört ihr das auch an? Ich höre mir das auch an, weil die reden ja. Ich brauche das ja nicht vorlesen. Ich kann dir nicht anquatschen. Ich kann dir nicht anquatschen, den Typen hier mit Pakt der Wölfe. Pakt der Wache. Das ist ein Wachboss, ist das. Wen habt ihr denn dann angequatscht? Der Prophet, hast du den nicht gesehen? Der ist ein Prophet, der steht bei mir, Gena. Ey, du hast deine allererste Mission nicht angenommen. Scheiße, wo findet man die? Guck mal, du siehst doch auf der Karte so dicke Pfeile, so graue. Also weiß umrandet und in der Mitte schwarz. Siehst du die? Der Düsseldorfer, ja. Odin? Auf der Karte oder? Ja, oben, also in der kleinen Leiste, in der Leistenkarte. Oder, warte mal, Odin, geh mal auf Obstchen. So, dann gehst du auf Tagebuch. Obstchen? Tagebuch? Da steht der Quest. Quest. Da steht irgendwas da drin. Offene Quest? Hm. Steinfälle? Steinfälle? Ich hab hier drei Quests drin. Offene Quest und Steinfälle. Also hast du doch Quests. Warum sagst du, du hast keine Quests? Hab ich doch vor... An dem Baum halt doch gemacht. Guck dir den Part davor an. Also Steinfälle? Ja, aber... Du hast doch bloß eine Mission angenommen und hast trotzdem drei. Verstehst du? Du hattest also schon welche. Equistren. Vermächtnis der Ahnen. Und... Neubeginn auf Öfletz. 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 Okay, wir machen mal den mit der Zuflucht. Überspringen wir mal. Und Odin, du machst jetzt mal die Mission rein mit dem Öfletz. Ja, hab ich. Und dann läufst du immer diesen weißen Pfeil nach. Und dann helfen wir bei deiner Mission. Weil das ist so die erste Mission, wo du dann auf Öfletz kommst. Weißt du? Wißt du das noch? Hm. Warte mal, wo ist denn jetzt Odin? Warte, du bist aber auf uns warten, weil wir sehen ja dich nicht auf der Karte. Am besten, wenn er die Krone hat. Ist nochmal, Ena? Nein, nicht ansprechen jetzt. Danke. Mach die Mission. Ich seh ja keinen anderen Pfeil. Ach so, so ein weißer Pfeil mit so einem Viereck da drunter? Ja. Der muss ich hier lang. Ich hab hier noch so einen Pfeil, der nach unten zirkt. Das ist der Typ. Und wenn er da steht, tiefer und weiter und fester, dann bist du richtig. Warte, Odin, Odin. Ich geb dir die Krone nochmal wieder. Immer dich nicht mehr finden. Ja. Der ist hinterher weg. Ich sag euch das. Er ist nun der King auf Ältere. Ja, wir müssen uns erstmal hier reinwitzen. Seht ihr denn die Mission dann auch oben in der Leiste, wenn ich der Krone nicht bin? Nee, die hast nur du dann. Später haben wir die alle zusammen, wenn du eine angenommen hast, die wir auch haben. So, du hast jetzt die Mission mit dem... Nö, wir haben die Mission jetzt von Odin. Verbrennt die Vorräte. Stimmt's? Steht es dumm? Verbrennt die Vorräte. Du siehst doch rechts die Mission. Mann, rechts siehst du doch in der grünen Schrift oder gelben Schrift deine Mission. Einfach rechts auf dem Bildschirm. Ja. Und da unten dieses durchsichtig... Was? Sprecht mit Litzel. Wenn ich da rufdrücke, dann steht, ähm... Du hast jetzt aber nicht nach rechts gedrückt. Doch. Musst du mehrmals machen? Einmal mit Profis arbeiten, liebe Leute. Ödfeld hab ich. Genau. Und jetzt steht da unten, verbrennt die Vorräte, oder? Nö. Was steht dann dann? Ein Neubeginn auf Ödfeld spricht mit Litzel. Litzel. Ja gut, komm, wir gehen dir einfach nach, oder? Kann sein, dass er eine andere Geschichte hat, weil er ist ja ein Dunkelelf und ich weiß ja nie, was du genommen hast. Nein, das ist doch Quatsch. Er hat ja diese... Er hat die Mission, die wir schon gemacht haben. Los, läuft deiner Mission nach. Ja, aber es gibt ja auch diese Dracheneinstellung am Anfang. Welchen Dings und wir haben ja alles gleich genommen. Wir hängen jetzt alle an dir, Odin. Los. Ich guck ja gerade, ich seh hier nichts, wo ich hin soll. Siehst du doch oben in der Leiste. Siehst du doch dann so einen weißen... Ah, jetzt, 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 jetzt liegt so einen ganz kleinen weißen Fall, sprich mit Litzel. Genau, und da greifst du hin. Alter, ist jetzt kompliziert. Und wenn das nach oben ist, dann bist du dann... Ist überhaupt nichts kompliziert. Du musst bloß einfach gucken. Augen aufmachen. Hier liegt eine Leiche. Schön, wenn man da auf die Leiche drum rennt, dann klettert. Und jetzt machen wir erstmal die Mission, die Odin hat und gut ist. Ich bin erschöpft. Ich bin ein Ork. Ich bin kein guter Läufer. Nein. Doch, ohne Scheiße. Was ist das? Zauberei ist das? Das ist ja verrückt. Warte, Onkel, sagst du es? Das ist so schön. Oder wie war das? Total toll. Warte, ich muss die Pflanzen mitnehmen. Ich muss da wenigstens mit dem Gärtner spielen. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Litzel. Jiesel. Ich hab grad einen Drachendorn gefangen. Jetzt ladet's. Ödfels. Ladet's? So, jetzt reisen wir nach Ödfels. Wo ist denn der Litzel? Ich seh den gar nicht, Alter. Am Wasser. Jo, leb wohl. Nee, nicht leb wohl. Du musst mit dem drüber reisen nach Ödfels, Mann. Der ist wieder dann der, der hinterher hängt, weil er lieber Pflanzen sammelt. Raiwanus-Style. Ja. Was ist mit mir? Nicht. Was ist? Hä? Was? 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 Kannst du dich auch grad nach Ödfels oder bist du jetzt gerade, äh, im Spiel dabei? Ich bin umgedreht. Ich wollte nochmal zum Schmied ein bisschen, oh, ich weiß, weiß nicht. Ich wollte auch noch ein bisschen an meinem Ork rumspielen. Also, natürlich komm ich mit. Ich hab doch gesagt nach Ödfels. Wir sind alle da. Okay, kannst los, Odin. Jo, warte. Na, schnell. Oh, da ist ein Trinkschlauch, Alter. Ist ein kleiner Pferd. Odin, wir warten immer alle jetzt. Jetzt bin ich von dir abhängig, Odin. Jetzt musst du schon was machen. Ich suche ja gerade, wo ich jetzt hinseue. King of Quartelet. So, jetzt hab ich hier Gespräch mit. Ach, das ist das da. Da muss ich gehen. Ah, ein paar Mal gezockt. Und dann kennst du dich ja aus. Dann weißt du von alleine, wo du hin musst. Und dann läuft der Hase hier. Naja. Dann bist du ein richtiger Elder Scroller. Du kannst sogar schon die Tür alleine aufmachen. Das ist der Wahnsinn. Okay, dann müssen wir jetzt warten. Wir müssen jetzt warten, bis Odin hier fertig gesprochen hat. Weil die können wir ja... Hä, wieso hab ich die Mission denn auch noch? Ein bisschen merkwürdiger. Nein, das ist doch bloß dieses Komische, wo du jetzt dich entscheiden kannst, die vorher abziehen zu lassen. Und die optionalen Ziele mit denen sagt Hauptmann Rana, dass die... Ja. Aber wir müssen doch nur die Einheimischen finden, die vermissten. Aber ich hab jetzt nix weiter gedrückt. Lassen wir erstmal frei, oder? Macht ja da was. Ja, ich mach wieder raus. Ich warte einfach nur, dass Odin die Mission annimmt. Hab ich schon. Hast du gut gemacht. Ich renne im Odin wieder hinterher. Mit seiner kleinen Axt da. Mit der kleinen Baby-Axt. Das ist die von The Forest, ne? Am Anfang, wie man da findet. Die sieht fast genauso aus. Mhm. Du überlebe da, du... Die wird auch unter Einheimischen Rivano-Axt genannt. Naja, damit kann ich halt den Kopf spalten und das Bein auf den Grill legen. Läuft auch. Was war das für ein Zeichen? Vom Windows? Ja. Das ist... Das muss ich dran gewinnen bei Odin. Ah, der Odin macht wieder Signale, hä? An die Ost-Hirdischen. Hier, du kannst die Leuchtkäfer aufsammeln, ja? Das kannst du als Köder benutzen. Zum Angeln, Odin. Ja, genau. Du kannst auch angeln hier an dem Spiel. Du kannst aber auch Bären damit anlocken. Und Dinosaurier. Was machst du denn? Ja. Ja, weil sie mir alle weggefangen wurden. Was? Es gab doch bloß einen. Da waren drei. Ja, aber ein Dreier. Nein, nee, nee. So, jetzt habe ich ihn. Alter. Ich will auch so ein Vieh haben. Die haben alle Viecher hier. Wo ist denn das jetzt? Das kannst du dir später einstellen. Du kannst dich nachdenken. Du kannst den ganzen Tag hier rumrennen und Käfer sammeln. Nee, so ein Reitier will ich haben. Jo, okay. So weit haben wir noch nicht. Hol dir erstmal eine Rüstung, bevor du gleich einen T-Rex haben möchtest. Na ja, ich bin jetzt so. Hier lang. Das sind ganz neue Worte von Dribano. Da will ich auch immer gleich alles gleich am Anfang. Ja, ich wollte es einfach mal so tun. Im neuen Game will ich auch alles sofort haben. Das musst du dir aber erstmal verdienen. Der hätte am liebsten... Ja, geht noch. Ich bin tot. Oh mein Gott, du bist so mächtig. Wie bist denn du tot? Weil er mich abgeschlachtet hat, die Sau. Alter, mit einem Schlag. Das Staatgebiet ist das. Warte, warte, warte. Ich glaube, ich kann dich doch aufheben, oder? Wie geht denn das? Achso, wir müssen den Ding drücken. Was? Wir müssen den Team drücken. Ah, in der Agion? Nee. Jetzt hat er sich aufgelöst. Ah, der kommt wieder. Guck mal. Guck mal, was ist da? Ja, einmal kann er sich aufheben. Hä? Mega, man. Kannst du hier schon was einsammeln, Udin? Weil du schon wieder weiter rennst? Ich war so gerade ein Schwerd. Das ist schön, ey. Das sah echt cool aus, so wie du am Boden gefallen bist. Mhm, toll. Weißt du, wir kämpfen schon gegen die übelsten Drachen und er wird von Skelett umgeboxt, ey. Nee, die hat uns ein Schwert gehabt. Ja, natürlich. Das lag jetzt, das war das Schwert, ja. Das war, ähm, schon gut, ey. Was mit dem Nackten hier? Ziemlich gehalten, aber... Ja, Rebano, du bist aber auch am Anfang ziemlich oft gestorben. So ist es nicht. Nee, das meinst du nur. Das wurde nicht aufgenommen. Das kann man nicht beweisen. Doch. Verdammt. Ja, ist normal. Wenn man keine Rüstung hat. Udin, was machst du denn gerade? Ich habe Missionen angenommen. Okay, dann weiter. Du musst schon was sagen, wir sehen das nämlich nicht. Ja. Ich habe eine Mission angenommen. Du hast gesagt, mach immer. Ich soll immer was machen und dann soll ich zum Pfeil. Und da rennt ich. Ja, aber du sollst aber trotzdem auch sagen, wenn du irgendwas machst. Wir stehen dann hier um an der Stelle rum und wissen nicht, was du machst gerade. Ja, jetzt sind wir jetzt gerade um den Berg herumgelaufen. Ja, aber wie soll der hier her? Was? Der Pfeilzicht hier, Mann. Was ist denn los? Möchtest du drüber reden? Udin, vielleicht könntest du vielleicht sagen, dass du auf den Berg musst. Kann gut möglich sein. Hast du nicht dein Bergsteiger-Set mitgenommen? Gibt es denn hier auf den Berg? Alter, hier ist eine Höhle. Guck mal, Alter. Ach nee, da sind wir gerade her, oder? Wir waren nur, du mal, äh, äh, hab mal dazu die große Fresse, Junge. Hab ich doch gar nicht, aber das sieht aus als... Oh, pass auf. Pass auf. Ja, hinter dem war so ein Skalato. Pass auf. Ich du, ich du. Ah, jetzt mal eine Pflanze. Was ist das für eine bescheuerte... Was? Nicht. Oh, ich hab eine Errungenschaften bekommen. Das ist ein Rollenspiel, das ist überall so, das... Dass man da ein bisschen laufen muss und so ein Zeug, das ist normal. Nee, wegen dem Aufsammeln. Guck mal, da oben kommt man hoch. Du musst bestimmt hier raus. Warte mal, du kannst nur die... Erstmal können wir hier, ja, ja, ja. Das ist näher dran, ja. Da hat man sich ja feilt, Digga. Du kannst nur... Du kannst nur die aufsammeln, die auch wirklich, äh, äh, markiert sind. Du siehst dann immer so leuchten, die Gegner. Das ist eine Rune. Ach, jetzt ist er auf der Suche nach den drei Runen. Ja, alles klar. Ich werde angegriffen. Na, ach, Quatsch. Warum? Ach, da hinten, jetzt weiß ich, ich bin sogar noch bekannt vor. Alter, wie viel hält denn der aus? Also, es hätten wir hier schon Jahre an dem Spiel rumgespielt. Kann ich mich sogar noch erinnern. Das war doch erst vor kurzem, Mann. Nee, das ist schon was her. Ja, das ist ein Adler. Das war eine Adlerschwinge. Und der hat einen Eisenbinder dabei gehabt. Echt cool. Muss ich gleich mal schauen, was der kann. Gib mir den Adlerbinder. Ah, der hat nur 240 Schaden. Willst du ihn haben, Stufe 4? Ja, gib mal her. Ich bin jetzt Stufe 4. Wo bist du? Jeder von euch ist es. Wie kann ich dich zum Handeln auffordern? Ah, da. Der ist ja gar nicht. Da hinten bist du. Komm mal her mit deiner Königsmütze. So. Odin zum Handeln gedrückt halten. Wie heißt denn? Wie heißt denn Schaden mit dem Ding? 240. Ich habe hier zwei Anises. Spieler melden, Freund hinzufügen. Freund hinzufügen haben wir auch noch nicht gemacht, glaube ich, ne? Ich mache das jetzt einfach mal Spaß. Was kann ich jetzt noch? Wieso warte? Ach, nein. Ich will es nicht raus. Ach, der hier ist ein PlayStation Network. Ich gehe nochmal abbrechen. So, dann kommt dir mal eine Freundschaftsanfrage. Ich schicke Rewano. Ja, danke dir. Das ist auch wichtig, sowas, ja. Wir sind die allerbächten Freundin. Danke schön. So, kommst du jetzt mal wieder rein, ja? Bin doch hier. Ich möchte dich anhandeln. Handel mich doch an. Ich stehe doch hier. Ja, ich kann aber nicht. Das Symbol ist nicht da. Wo ist es denn jetzt? So, zum Handeln auffordern. Oh, auffordern sogar. Ey, Junge, ich fordere dich auf. Hast du jetzt angenommen? Ich kann nicht. Jetzt kann ich nicht drücken. Warte. Oh, du sollst zum Handeln anfordern, auffordern. Kann ich nicht. Ich mache das doch. Du musst nur annehmen. Okay. Du machst immer wieder entfernt. Ah, jetzt. Ah, schön. So. Er hat mir die ganze Zeit weggedrückt. Ich kann nicht, ich kann nicht. Weißt du, ja, klar. Du hast mich die ganze Zeit weggedrückt. So, ich habe das Ding da hingelegt. Wie geht das jetzt? Bleibt mir irgendwas an. Anbieten. Biete dir das an. Hast du angenommen? Ja, habe ich angenommen. Sehr schön. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe es frisch poliert. Wie die denn diese scheiß anderen Aktionen? Ich kriege die nicht mehr hin. Guck mal, hier. Mit Teilkonsensachen. Wo ist das der, ne, ist nicht der Onkel, ne? Wo ist der Onkel? Wann habe ich denn Kiel im, ich kann nichts mehr machen. Wo bist du denn? Eisenrand. Schau mal, bei dir eine Scheißkeiten. Die muss ich bei mir auch neu auswählen. Boah. Aber du hast das schon mitbekommen, ne? Ah, genau, ich muss es wieder neu machen. Hm. Aber Rewaner wird es schon wissen, der hat dazu gehört, ne? Was denn? Was musst du neu machen? Was musst du denn neu machen? Gut, hab es. Jetzt muss ich hier. Achso, hier ist ein Ovia Skelette. Ich habe gerade mein Inventar rumgeschnuppert. Was musst du neu machen? Oh, geil. Achso, ich bin nicht mehr im Team drin. Warum habt ihr mich denn jetzt rausgeworfen? Was? Ich bin nicht mehr bei euch in der Gruppe drin. Wieso? Oh, Mann. Es geht auch jetzt um was anderes. Achso, ja. Dann lad mich mal wieder ein. Vielleicht bist du rausgegangen. Freischalten? Ich muss das alles wieder freischalten. Ja, musst du drücken. Die lade ich dich jetzt ein. Was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn los mit den Jungs? Was ist denn da los? Merkst du nicht, dass du keine Fertigkeiten mehr hast, du Nasenbär? Ja. Tatsächlich. Warum ist das denn alles weg? So ein Blitzmerker. Ach, das? Ich habe auch die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit mit der Kette rumgedrückt. Und ich denke, warum kommt die eigentlich denn mehr? Ja, ich habe das echt nicht gemerkt. Wo soll ich das denn wissen? Mann, jetzt habe ich meinen... Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles so geiles hatte. Ich auch nicht. Das ist auch mein Problem gerade. Boah, ihr stimmt nach vorne. Was ist jetzt einem Feinde garantierkritischen? Hieb? Hieb, Hieb. Kann ich den denn jetzt einladen? So. Ach, wo ist er denn? Alles neu, ja. Du musst wieder aufs Soziales gehen. Freunde. Du hast dir das in Gruppe geschwissen, bin ich mir sicher irgendwie. Nein, nicht Freunde hinzufügen. Oder? Habe ich jetzt nicht? Jubeln und so weiter. Ich muss hier bei Freunde. So, Blue. Ne. Dann machen wir es anders. Ja, Rewan, der Rewan steht bei mir ja nicht drin. Den kann ich gar nicht einladen. Ich steht nur im Playshift. Na, wie denn auch? Weil du hast ihn ja nicht schon auf Reindesliste. Deswegen muss er mal annehmen. Ich habe ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt. Der Part ist außerdem zu Ende. So, hier. Wollt ihr gerade, Uran? Ja, andere Bruni binden Hände für drei Prozent. Urano. Ja? Der Part ist zu Ende. Ach so, okay. Ja, liebe Leute, ihr habt es gesehen. Es ist schon wieder reinstes Chaos hier, leider. Aber es ist kein Problem. Wir werden das gleich wieder besänftigen hier. Machen wir dann gleich fertig. Und wir sehen uns dann ja die nächsten Tage wieder. Das müsste jetzt Sonntag... Ja, sehen wir uns dann am Freitag wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Natürlich ist alles ein bisschen durcheinander, weil wenn man das Spiel nicht kennt, ne, so... Dann ist es halt so, dass es am Anfang halt... Ab und zu mal ein bisschen was dauert. Da haben wir ja auch ein bisschen rumgetüftet am Anfang. Aber das kriegen wir alles hin. Keine Frage. Und jetzt haben die das alles ein bisschen umgeändert. Jetzt hat man nämlich die Angriffe unten in der Leiste, wenn man kämpft. Das sieht dann ein bisschen so aus wie bei den Rollenspielen halt. Dann weiß man direkt, wo man hindrücken muss. Gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Onkel Gamer Shack LP vorbei. Bei Blue Hunter. Und beim Odin. Richtig. Aber hier kein Problem, wenn ihr wissen wollt, wo ihr die Kanäle findet. Natürlich in der Beschreibung unter jeweiligen Videos. Seht ihr in der Beschreibung. Direkt angelegen, seid ihr direkt drauf. Ansonsten würde ich sagen, bis dann. Und hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.